Hallo, liebe Menschen da draußen. Wahrscheinlich kriegen diejenigen, die jetzt mein Gesicht sehen, schon wieder Angst vor neuen Zumutungen. Aber heute braucht ihr gar keine Angst zu haben. Es gibt nämlich keine Zumutung, sondern einfach nur eine Einladung. Ich möchte sie und euch ganz herzlich einladen am Dienstagabend um 20 Uhr zu einer Zoom-Konferenz. Am Dienstag feiern wir den Tag des geweihten Lebens. Es ist das Fest der Darstellung des Herrn, war früher mal Ende der Weihnachtszeit. Und ich finde, am Tag des geweihten Lebens kann man ruhig auch mal ein bisschen über das geweihte Leben erzählen. Wieso leben wir eigentlich so? Was macht unsere Lebensform überhaupt aus? Wie kann man eigentlich nur so verrückt sein, ins Kloster zu gehen? Und was findet man da, was draußen nicht sowieso schon alles ist? Mit diesen und anderen Fragen werden wir uns am Dienstag beschäftigen. Es gibt einen kleinen Impuls am Anfang. Und dann lade ich ganz herzlich ein, mir einfach Löcher in den Bauch zu fragen. Alles, was Sie immer schon mal über Klosterleben wissen wollten, sich aber nie zu Fragen getraut haben. Alles, was Ihnen überhaupt fragwürdig vorkommt an dieser Lebensform, dürfen Sie ins Gespräch bringen. So schnell bin ich, glaube ich, nicht platt zu machen. Und ich kann ja immer noch entscheiden, wie ich die Fragen beantworte, wie persönlich ich werde und nicht. Da braucht keiner Angst zu haben. Also herzliche Einladung, mit mir ins Gespräch zu kommen. Am Dienstagabend ab 20 Uhr über Zoom und den Link zum Meeting werde ich unten in die Videobeschreibung hinein setzen. Ihnen noch einen schönen Restsonntag. Bleiben Sie behütet und vielleicht sehen wir uns am Dienstag live. Alles Gute!